Da, wo ich herkomme. Wo ich groß geworden bin. Menschen kommen, Menschen gehen. Aber was wichtig ist, ist das Geschäft. Und das bleibt. Du willst doch bei den Großen mitspielen, oder? Ich meine, wie ich und dein Onkel früher. Es war eine gute Zeit. Ich muss immer noch lachen, wenn ich dran denke. Siehst du das alles hier? Frische Ware, Qualität, 1A. Die Kunden wollen wissen, wo das alles herkommt. Verstehst du? Sie können sich auf mich verlassen. Und das Geschäft ist das Wichtigste für mich. Ich bin bereit, Wallah. Ich bin bereit, ich schwöre. Ach, Baby. Ich mach dich bereit, okay? Du hast ein sehr gutes Herz, das gefällt mir sehr. Wir sind eine Familie. Aber was ganz Wichtiges für mich? Achte auf die Leute in deinem Gang. Gang? Sie meinen Gang? Nein. Gang. Als sie gesagt haben, wir machen Geschäfte mit Kartoffeln, habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Habibi, die Kartoffeln sind das Geschäft jetzt. Mach auch du Geschäfte mit Kartoffeln. Und mach was aus dir. In einem von über 30 Ausbildungsberufen bei Edeka. Hast du dich was vergessen? Sammeln Sie Treuepunkte? sterbe! Von Norbert des größeren Amerikaner Benutero Number das